Auf der anderen Seite ist der Helmut der, der schon 25 Jahre hierher kommt, heutzutage, genau. Und da wollten wir uns einfach bedanken bei dir, Helmut, und wollten eine kleine Aufmerksamkeit dir geben. Das ist jetzt nicht so unser Thema, aber anscheinend gibt es doch was, was dich auch sehr beschäftigt, neben der Arbeit, was dir gut gefällt. Und da haben wir uns was ausgedacht, das müssen wir dann noch minutes fürs Besprechen. Und das ist jetzt mal das Symbol dafür, und ja, das ist für dich. Und ich habe auch ein bisschen was Süßes, vielleicht ist es auch sauer süß, dass uns das auch irgendwie durch den Magen geht. Schön, dass wir dich haben, und vielleicht ist es nur wund. Vielen Dank. Jetzt darf der Jubiläge küsst werden. Ich glaube, ich würde mir doch lieber nachher essen, wenn ich euch durchstehe, einfach mal in die Hand helfe. Wie so üblich, danke schön, vielen Dank, dass du dran für uns gearbeitet hast. Ja, mach mal. Wir machen jetzt so die zwei erstens. Gut, jetzt kommen wir uns lang, gell, schön, dass du da bist. Ich werde verraschen. Ich will auch nicht wegrechnen. Natürlich. Vielen Dank. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020